Servus, der Marc vom Piercing Studio Wien. Und heute geht der Marc auf die Wiesen, weil er auf die Wiesen geht, ist er heute in Tracht. Deswegen wird heute einmal in Tracht gepierst. Das heißt, die Kunden, die heute kommen, wenn du da bist, dann siehst du mich heute in Tracht. Und das ist eigentlich, was ganz selten ist, die Schuhe, die Krietschnaudal, da ist natürlich schon jemand drin gestorben. Und wir haben es am Kauf gesagt, das sind so alte Skispringer-Schuhe und da hat es wohl einmal, ja, wahrscheinlich übel zerlegt drin. Also, ich dachte, jetzt zeige ich das mal. Der Marc geht auf die Wiesen und die sind Tracht. So, gell, und ich kann auch Bayerisch reden, sonst ist das nett, gell. Aber wir gehen heute nicht auf die Wiesen in München, sondern wir gehen auf die Wiener Wiesen. Und die Wiener Wiesen sind Wien, aber trotzdem gehen Trachten auch, weil ich bin ein Bayer. So, genug geredet und was wir jetzt heute alles für euch haben, seht ihr in diesem Video. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben heute einen hohen Besuch da. Eine ganz, ganz liebe Stammkundin, die schon sehr, sehr oft da war und die nicht aus Bayern kommt. Und die geht, glaube ich, auch nicht auf die Wiesen, weder auf die Wiener Wiesen, noch auf die Münchner Wiesen, gell. Und wir werden die ja piercen, aber wir werden nicht beide schreien. Wir reden ganz normal mit der. Weil sonst denkt ihr ja endgültig, der Marc, was ist mit dem, was hat der Maus zu viel gesoffen oder was. In diesem Sinne, viel Spaß in diesem Video. Und ich bin mir sicher, ihr kennt das Madl, das heute da ist. Fährt euch! So, hallo, der Marc vom Piersing-Studio Wien und die Tanja ist wieder bei uns. Grüß dich mal wieder. Ich muss ein bisschen anstrengend ausziehen. Wieder aus Ostfriesland und ich habe vorher schon ein Intro gemacht, bevor du gekommen bist. Ich habe mich mal in Tracht gefilmt, weil das ja auch was ganz Neues ist. Ich glaube, es ist der einzige Tag im Jahr und wahrscheinlich auch der letzte Tag im Jahr. Wo ich das jetzt in dem Jahr mal mache, also mal mich in Tracht ziehen. Das ist natürlich für Ostfriesland ein Schock. Habt ihr euch auch eine Tracht? Also eine Art, so ein National, Tracht ist ja nichts anderes als ein National. Habt ihr irgendwie eine Kleiderart oder irgendwas, so wie die Holländer, so Glocks oder so was? Ja, so eine Art, so ein bisschen. So, schon. Ja, alt. Aber nicht so, jetzt bin ich Tracht. Aber ihr habt ja so Feste auch, sowas, wie jetzt in Bayern, wo die die Stagelfeste fangern, so wie das Oktoberfest oder sowas. Gibt es da auch sowas? Ne, also wir haben wohl eine kleine Kirmes, die dann fünf Tage geht, aber sonst kein richtiges Fest. Aber so Sauffeste habt ihr nicht. Die Bayern saufen einfach, glaube ich, gern. Deswegen haben die so viele Feste erfunden. Das war ein Grunde, warum man es einfach nicht da anschächern kann. Gut. Also, wie denn auch sei. Was wechseln wir jetzt alles aus? Ich hab hier drei schöne Teilchen. Eines ist für das Lippenband, das habt ihr schon gesehen. Dann haben wir den echt goldenen und nochmal einen. Und den drüber. Ja. Also, natürlich an die ja nächsten die zwei. Ja. Okay, sehr schön. Dann haben wir dann quasi einmal so ein Triple Diamond, da sieht man das, und so ein kleines goldenes Grünchen drüber. Cool. Und das Lippenband ist dir zu groß? Ja, so ein bisschen runter. Sag mal. Ja, es ist bei dir an der Grenze. Also, ich bin gerade der Meinung, dass wir es jetzt ein zig kleiner machen. Aber es ist noch der vom Stechen, oder? Hast du gar nicht angefasst, oder? Hast du schon was gemacht? Äh, doch. Hast du beim letzten Mal schon mal erzählt. Das war ein erstes Mal. Das ist das dritte Mal. Wir haben gerade festgestellt, Tanja ist das dritte Mal da und macht immer drei Piercings. Ja. Das ist gut. Ja. Wie heißt das? Was ist mit dreimal Ostfriesen? Was? Dreimal ist Ostfriesenrecht. Dreimal irgendwas zu machen. Ist Ostfriesenrecht. Also an Ostfriesen darf alles dreimal machen? Ja. Ja. Das ist auch nicht schlecht, du. Wenn ich nach dem Standort arbeiten würde, wir haben drei Versuche, bis es gerade wird, dann würden die Leute nicht mehr kommen, du. Okay. Zum Glück bin ich gerade Ostfriesen, du. Leg dich mal kurz hier, Tanja. Und sonst geht's gut? Ja. Wie bist du her? Kommt wieder Flugzeug? Wieder mit. Hat dir irgendjemand geschrieben, ob du den Umweg fährst? Oder war das nicht bei dir? Ja, doch. Ich sollte, glaube ich, jemanden mitnehmen. Hat jemand gefragt. Ja, irgendwie so, oder? Ja. Ja, die Leute hängen. Aber, klar, wenn's gehen würde, so einfach, klar, why not, oder? So, das tun wir mal kurz von drüben filmen. Dann seht ihr mal, wie man so ein Antihelix wechselt. Das können wir mal kurz machen. Jetzt haben wir das Seed, wie man so was wechselt dort. Und wir stechen nachher nach Tanjas Mutter. Ohrlöcher. Aber das dürfen wir nicht filmen. Aber sagen dürfen wir's ja, ne? Ja. Ja, wenn die Bekannten die Videos aussehen, dann werden ja die Ohrlöcher aussehen. Also das können wir keine Geheimnisse machen. So. Du, warum hast du zweitermine gehabt? Du hast einen von denen und wusstest noch nicht genau, wann du kommst, oder? Ja, weil wir das nicht mussten mit dem Flugzeug, weil die ja am Streiken sind, hatte ich ein bisschen Angst, dass die uns dann... Und haben dann am 3 angerufen, dass sie jetzt gerade gelandet werden. Oh. Und dann haben wir gedacht, na super. Und dann haben wir, die haben einen Leihwagen genommen, bis die reingefahren sind, Parkhaus, alles... Und dann waren die, glaub ich, erst irgendwie kurz vor 5 da. Und wir haben dann mit Mühe und Not versucht, alle Kunden anzurufen, dass die früher kommen. Ja. Damit wir die Luft nach hinten haben, weil wir ja nie wussten, wann die dann wirklich effektiv hier im Studio stehen. Mhm. Und dann kamen die, und dann wollten die aber am Schluss, wollten die noch viel, viel mehr, ja? Also da waren noch Intim, noch Brustwarze und das noch und jenes. Und das war eh alles schön und gut, aber natürlich brutal in diesem Zeitstress. Ja. Und dann ging der Rückflug um halb 8 und die sind, glaub ich, hier im kurzen nach 6 raus. Oha. Und wurden dann zwei Autos wieder rein und abgedüst, aber ich hab dann die Message bekommen, sie haben alles mal geschafft. Last dann am nächsten. Aber echt logistisch, ein Meisterwerk. Ja. Den oben oder unten? Den oben. Also dieser kleine Trippel nochmal hier. Ja, das sieht man so nicht. Das ist aber so. Aber es ist sehr schwer zu füllen mit der Handykamera. Oben hast du gesagt. Ja, oben. Also dass die goldene Kugel so unten ist. Die soll unten, im unteren sein. Mhm. Na gut, ich hätt's andersrum gemacht, aber gut. Ja. Aber, aber, ne stimmt, du hast ja, du hast ja... Wegen der Blumenrahmen. Wegen der Blumenrahmen. Jetzt macht's aber das Sehen. Sonst hätte ich's nämlich andersrum gemacht, aber... In dem Fall macht's dann wieder Sehen. Wie lange hast du jetzt, die Antihelix? Äh, seit Anfang Juli. Das heißt, die waren die letzten? Ja, richtig. Wann warst das erste Mal dann? Das war, ne, das war Anfang Juni. Okay. Und dann Anfang Juli wieder, ja, jetzt auch drüber. Ja, ihr müsst euch mal überlegen, ob ihr für Tanja vielleicht eine Wohnung hier kauft, oder? So, oder anmietet. Und zweit wohnen sie jetzt in Wien, oder? Ja, wäre nicht schlecht. Wien ist schön. Ja, mega schön. Also wenn man so lebt, wie ich hier, dann merkst du das natürlich oft nicht mehr. Aber wenn du dann mit den Kunden redest, die halt dann so schwärmen und halt dann auch immer sagen, ja, sie waren jetzt dort. Und dann denke ich mir teilweise auch, Mensch, ja, ist schon krass, was wir alles hier geboten haben. Ja. Ich bin mal gespannt. Also ich war schon mal auf dieser Wiener Wiesn. Das ist ja so ein Oktoberfest für Arme. Und da war es, aber das war vor Jahren das allererste Mal. Da war ich beim ersten Mal irgendwie eingeladen. Und dann, da weiß ich noch, also das war halt, da war es wirklich sehr klein. Also zwei Zelte, da bin ich halt mit dieser Einstellung hingegangen. Ich gehe irgendwie in ein Wiesnzelt von, wie man es aus München kennt. Und da war ich dann wirklich, ehrlich gesagt, eher sehr, was ist denn los mit dem Teil, enttäuscht. Weil natürlich, klar, das war einfach die falsche Einstellung, die ich dann mitgenommen habe. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt war ich fünf Jahre lang nimmer. Der Schock hat so lange gebraucht, für den Bayern das zu verarbeiten. Und dann bin ich halt abends gespannt. Aber anscheinend muss das richtig groß geworden sein. Also das, diese Wiener Wiesn, die ist jetzt zig Zelte. Anscheinend bin ich immer gespannt. Ja. Was mich daran erinnert, damals gab es keine Mars Bier. Und ich muss sagen, ein Mars Bier. Hast du mal ein Mars Bier getrunken? Nein. Warum nicht? Was ist mit dir los? Was machen wir? Also das ist halt ein Liter. Papa hat sich einmal eins getrunken. Und so ist das Ding erstmal schwer und alles. Und in Wahrheit trinkst du ihn und dieses Nockerl bleibt immer drin, wie die Bayern sagen, unten. Weil das sauft keiner mehr. Das steht dann immer ab. Aber es schmeckt einfach anders aus so einem dicken Mars Krug. Ein Liter Bier. So kalt, zischig. Das ist einfach anders als einen halben Liter Krug, so Krüger. Und der Krüger, finde ich, kriegst dann jeder in jeder Kneipe. Das finde ich immer so. Ich hoffe, dass die heute Abend ein Mars Bier auch haben. Das glaube ich nicht schon wieder. Das ist schon wieder das letzte Mal mit der Haare, dass ich da war. So, dann tauschen wir noch das aus und dann gucken wir mal. So. Ja, das mit dem Streiken ist wirklich mühsam. Und bei den Kunden aus Hamburg, was ich erzählt habe, da war eben auch der Streik. Also die waren irgendwie am Flughafen dann. Die hatten das geplant, glaube ich, dass dem 12 losfliegen, um eins ankommen und dann gemütlich reinfahren und dann um 3 den Termin haben. Eigentlich alles so perfekt. Ja. Dann haben die aber eben so lange da rumgedadelt mit dem Streik. Das war, glaube ich, auch der erste Tag, wo er das schon spontan beim Hinweg hat es heißen, ja, Fluglotsen waren das irgendwie. Irgendjemand hat da rumgemacht. Ja, ich glaube nur von meinem eher. Ja, irgendwie so. Und, keine Ahnung. Und dann haben die halt, auf einmal ging dann eben nichts mehr und dann saß der im Flugzeug drin und stand am Rollfeld und ist quasi von Minute zu Minute, ist der nervöser geworden, weil die da zwei Stunden am Rollfeld rumstanden. Und gedacht hab so. Anrufen, gut. Wollten sie nicht, dann hätten sie mich eigentlich mit der Stühle das innen gekriegt. Und dann sind die halt immer, immer kleiner geworden. Und ihr seid mit wem jetzt geflogen mit? Eurowings. Wir? Eurowings? Und die haben nicht so gestrahlt? Oder wen? Ne, die hatten nur eine Stunde Verspätung, aber das geht ja noch. Wie lange seid ihr jetzt da? Bis Freitag. Wieder? Schön. Ja. Jetzt habt ihr ja schon eigentlich alles gesehen, oder? Ja. Das war die wichtigsten, oder? Ja. Das ist die ganz kleine Kugel, die 2,5, das ist wirklich mega Blut rein zu machen. Das ist drin. Ich geb dir ja, wenn ich meine Spiegel, die alles immer kurz schaufe, ob dir das gefällt oder nicht. Ja, danke. Ja, das ist gut. Super. Ja? Mhm. Sehr gut. Das Klartzen übrigens sind meine Schuhe. Es ist nicht das Gebäck, was hier so kracht. Das ist meine so alte Skisprengerschuhe. Ich glaub, der scheint dann gestorben. Deswegen sind die so laut. Ja, ich hab mich wirklich gekauft in so einem historischen Trachtplan. Das sind wir in München, die haben halt so ganz alte Trachten. Ja. Ja. Wirklich von Jahrhunderten und da haben wir diese Schuhe gegattert. Und deswegen sind die so laut. Aber es ist ein komisches Bequem, das sollten wir nicht glauben. So. Tanja, dann sind wir mal durch. Ja. Alles dran, alles drin. Super, sehr schön. So. Dann starten wir mal mit den neuen Projekten. Okay, dann machen wir mal einen kleinen Clash im Video. Das machen wir mal Teil 1, das wechseln und dann machen wir den Teil 2, wenn wir Tanja stechen. Also, in diesem Sinne schon mal danke fürs Zuschauen und schaut euch den zweiten Teil auch an, wenn wir jetzt gleich mal wieder zur Tasche halten und nochmal alle guten Dinge sind. Drei, weißt du was, dreimal ist es aus Friesenglück oder wie hieß das? Aus Friesenrecht. Aus Friesenrecht. Ja, aber Glück auch vielleicht. Ja. In diesem Sinne, gleich geht's weiter. Ciao. Mein O grad accountability. Ich �iate mich mal Stunde. Wie geht's das, wie gerne graft nennt. Ja. Ja.